Ich bin hier in der wunderschönen Dorfkirche Oberleihnach bei Würzburg, in dem Ort Leihnach. Und das hier ist eine Weißorgel, in den 50er, 60er Jahren gebaut, pneumatisch, leobarock. Ich habe ja schon einige Weißorgeln gespielt, die haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen. Die waren eigentlich alle neobarock und pneumatisch.